Also so langsam sollte man ja glauben, dass es genug Zombiespiele gibt, aber es gibt schon wieder ein neues, das heißt How to Survive. Und das möchte ich mir einfach mal anschauen, das gibt es gerade bei Steam, ist glaube ich ein bisschen günstiger zum Start. Und das habe ich mir geholt und wie immer, keine Ahnung, was ich hier mache. Ich spiele einfach mal wieder drauf los. So, was haben wir denn hier? Ach, ich bevorzuge weibliche Spielerinnen. Ich nehme sie ohne großartig zu schauen, ich weiß so und so nicht, auf was man hier achten soll. Die hat ein bisschen Ausdauer, ist präzise, scheint eine Fernkämpferin zu sein. Und Fernkampf liegt mir so und so, ich bin da ein Hasenfuß, ich möchte lieber ein bisschen weg von meinem Gegner. Stärke ist nicht so gut, die Gesundheit auch nicht. Aber sie gefällt mir, ich nehme sie mal. Schwierigkeit, natürlich, normal. Was denn sonst? So, How to Survive. Und los geht's. Oder aufgang? Ne, los geht's. Das ist Scamper VO-2841. Wir positionen, zwei nautical miles southwest von Los Riscos Island. Wir brauchen immediate assistance. Wir kontrollieren, wir sind aus. Tja, soweit dazu, ne? Unbekannt, ungefährre Zeit, 13 Uhr. Ein Überlebender, das bin ich. Ah, das bin ich. So, ich hab gedacht, die Sprache ist auf Deutsch, hört sich aber Englisch an. Hey, hey, du, bitte. Ich brauche ein paar Hilfe. Ich wurde attackiert. Ich bin exhaust. Es gibt monstros überall auf dieser verdammten Isle. Einige haben mich folgt und mich auf diese Bühne. Ich habe es geschafft, zu töten, aber... Schau, die Bühne hat mich verletzt. Listen, ich weiß, dass es hier medicinalen gibt. Ich finde ein Eilfernseher. Ja, aber der wurde doch gebissen. Da bleibe ich doch lieber weg. Aha. Ja, halt die Schnauze, ich komme ja. Leertaste zum Rennen, okay. Was ist das Grüne da oben? Bist du eine Heilpflanze? Ja, bist du eine. Schau mal, ich bin auch gut zu dir. Ich traue dir nicht. Mein Name ist Andrew. Ich bin nicht sicher, wie ich hierher kam. Es ist ein bisschen schlau. Aber dieses Ort ist ein Schmerz. Ein Schmerz. Ich bin ein kleiner Gruppe von Geist. Es hat eine Woche seitdem wir versucht und versucht haben, zu überleben, diese Unions. Es scheint nicht möglich zu gehen. Viele von uns haben sterben, die von diesen verdammten Mönstern. Jetzt, mein Freund Ramon ist alles, was ich habe. Die resten sind weder tot, oder... ...mögen tot, tot. Ramon ist verletzt und kann gar nicht mehr bewegen. Ich habe ihn nahe zu unserem Boot, während ich zu finden. Bitte findest du ihn. Tell ihn, dass ich verletzt und hier bin. Du findest ihn auf der Bühne. Auf der westen der Isle. Hör! Sei vorsichtig. Sehr vorsichtig. Die Isle ist mit diesen verdammten Monstern. Hier. Geh diesen Stich. Du brauchst ihn, um zu überleben. Verwende PCM, um dein Ziel zuweisen. Was ist PCM? Steuerung. Ein Spieler. Tastatur. Maus. Zielen. Rechtsklick. Okay. Also rechtsklick. Ist da ein Ziel zuweisen. Komm, Möfe, bleib mal hier. Ich schwöre hier. Ich schwöre hier irgendwas. Oh, Sunny. Oh, was ist jetzt los? Oh, ziemlich laut. Autsch. Drei. Drei. Ach. Woh! Das war's. Das war's. Oh, mein Mit meinem Geist-Survival-Guide werden Sie durchgeführt werden. Mein Geist-Survival-Programm ist ein besonderes Trainingsprogramm, um Ihnen zu überlegen, die größten Umständen zu überlegen. Es hat alles, was Sie brauchen, um die Zombies zu combaten. Glückwunsch und sehen Sie bald, Survivor! Erinnern Sie, unarmte Kampf gegen diese Monster ist sinnvoll. Sieh immer eine Waffe! Hört sich doch schon mal gut an. Aber ich will mal hier weiter gehen. Das sieht aus, als wäre das noch ein alternativer Weg. Vielleicht finden wir hier oben was. Oder auch nicht. Was ist denn das hier? Na gut, dann nicht. Was war da? Da war doch was. Heilpflanze. So, Junge. Oh, ziemlich blutig, das Spiel. Oh, ich hab gedacht, du wärst tot. Ah, gegenlauf, lauf, 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 lauf! So, lebst du noch? Stück Stoff. Ich beklau doch jetzt nicht Toten, die da... Na gut. Mein Leben ist schon ein bisschen angegriffen, aber nicht schlimm. Wie komm ich hier hoch? Also so nicht. Bist du ein Buch? Was hab ich gefunden? Medizinischer Breiumschlag. Warum flackert denn das so? Entwurf. Okay, zurück. Ja, rechte Maustaste versuche ich doch, aber passiert gar nichts. Zweiter Teil. Na, Kampf. Ich hab überhaupt keinen Stick. Ich hab überhaupt keinen Stick. Hä? Hä? Oh, wie brutal. Ah, ich kann mit der Maus zielen und laufen. Okay, das ist schon mal gut. Komm, komm. Nein! Was war denn das jetzt? Oh, lauf, 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 lauf! Tja, diese Finish-Dinger sind auch nicht so ohne. Was bringt mir das Trinken? Der mit seiner PC-Taste hier. Hallo, ich hab was für dich. Hallo, ich hab was für dich. So, Karte öffnen. So, bist du hier irgendwas? Ja. Außergewöhnliche Pflanze. Oh. Oh. Das noch ist ja richtig Gemetzel hier. Aber ich komm noch gut zurecht. Steht. Steht der wieder auf? Ne. Hallo? Schalten-Cluster. Nochmal. Hallo? Ich hab live gedrückt. Ich versuch's mal mit Kuh. Oh. Okay. Ah, da vorne gibt's eine neue Anleitung. Das sind aber drei. Einmal draufhauen und dann rennen. Dann draufhauen und weg. Draufhauen und nochmal draufhauen. Ich hab noch ein bisschen Problem mit der Entfernung abzuschätzen. Du lebst ja immer noch. Boah, ist das brutal. Ich hör doch hier irgendwas. Was ist denn das da hinten? Feuersteinbruchstücke. How to survive. Hab ich schon gemacht. Ich bin gut. Noch nicht. Die Physikeriener. Die Blätter werden mit den Zwergungen verraten. Die Zwergungen verraten. Für diese Zwergungen werden, die Zwergungen in eine Klofe machen. Ich habe noch ein paar Besen. Was ist das? Was ist das? Oh, ich hätte jetzt gar nicht gesehen, wie das ausgegangen ist. Ah, gut, machen wir weiter. So. Komm noch einmal, komm! Level-Aufstieg, hier gibt's Level, juhu. Leere Flasche, für was man es auch immer braucht. So, Tab, wo bin ich? Ah, ich laufe in die richtige Richtung, ohne es zu wissen. Ja, Mädel, zeig's ihr. Ich kapiere das immer noch nicht mit dieser Taste. Ich schau mich gleich rum, dann komm ich zu dir. Man weiß ja nie, was man noch findet. Ich hab ne Errungenschaft, nen Pflanzenkenner. Okay, erzähl mal was.